In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, was exponentielle Wachstumsprozesse ausmacht und wie man sie mit Hilfe von Formeln beschreiben kann. Im Anschluss folgt dann eine passende Beispielaufgabe. Wir fangen mit den wichtigsten Grundlagen und Formeln an. Und weil das Ganze ein bisschen mehr Platz bedarf als der hier sichtbare Bereich, gibt es am Ende dieses einführenden Teils auch eine Zusammenfassung, wo ihr die wichtigsten Formelneigenschaften nochmal übersichtlich zu sehen kriegt. Für den Anfang werden wir natürlich klären, welche exponentielle Wachstumsprozesse es überhaupt gibt. Als erstes gibt es die exponentielle Zunahme, wobei die grüne Kurve in diesem Koordinatensystem dieser Zunahmeprozess beschreibt. Und vereinfacht können wir uns die x-Achse in diesem Koordinatsystem als eine Zeitachse vorstellen, zum Beispiel in Jahren, deshalb auch beschriftet mit T. Und die y-Achse ist der Bestand im Abhängigkeit von der Zeit. Vereinfacht könnt ihr euch folgende Situation vorstellen. Zu Zeitpunkt T gleich 0 zahlt ihr auf eurem Sparkonto ein bestimmter Geldbetrag ein. Dieser Geldbetrag nennt man beim Wachstumsprozess auch Anfangsbestand und wird meistens bezeichnet mit f von 0, also Bestand zu Zeitpunkt 0. Und nimmt dann im Laufe der Jahre exponentiell zu. Und die Funktion f von t gibt dann sozusagen euren Kontostand an, im Laufe dieser Jahre. Ein weiterer Wachstumsprozess, was uns interessiert, ist die exponentielle Abnahme oder auch exponentieller Zerfall genannt, hier in diesem Koordinatensystem rechts durch die rote Kurve beschrieben. Auch hier wähle ich als gedanklicher Beispiel ein Klassiker aus den Lehrbüchern, und zwar der Zerfall eines radioaktiven Stoffes. Wir haben also zu Zeitpunkt T gleich 0 eine gewisse Menge f von 0 von dieser radioaktiven Stoff. Im Laufe der Jahre wird dieser Stoff nahezu vollständig zerfallen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Beide dieser Kurven sind durch eine allgemeine Formel beschreibbar, und die habe ich hier unten links eingeblendet. Und zwar f von t ist gleich f von 0 mal a hoch t. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Abhängig von Lehrbuch, Merkhilfe oder sogar von der Lust und Laune eures Lehrers, kann diese Formel ein bisschen variieren, beziehungsweise die Buchstaben dieser Formel. Zum Beispiel statt f von 0 und f von t kann auch ein b von 0 und b von t vorkommen, oder statt a kann auch mal die Buchstabe c dastehen oder q. Es ist völlig egal, mit welchen Buchstaben man diese Formel beschreibt. Deren Bedeutung bleibt immer gleich. Und für diejenigen von euch, die sich an dieser Stelle fragen, wo die Gleichung mit der e-Funktion geblieben ist, keine Sorge, sie kommt gleich. Und jetzt ist es natürlich an der Zeit, diese Formel auseinanderzunehmen, um zu verstehen, was diese einzelnen Buchstaben bedeuten. Fangen wir doch mal an mit etwas, was wir schon kennen. Und zwar f von 0, wie bereits gesagt, das ist der sogenannte Anfangsbestand oder Bestand zu Zeitpunkt t gleich 0. Außerdem gibt es hier natürlich noch diesen t. Das ist bei unserem Beispiel die Zeit gewesen. Allerdings muss es nicht immer so sein. Also die x-Achse muss nicht immer eine Zeitachse, das hängt immer so ein bisschen vom Anwendungsfall ab. Außerdem gibt es noch f von t, wie wir bereits auch erwähnt haben, ist das der Bestand nach Zeit t. Und das a. a ist der sogenannte Wachstumsfaktor. Und wenn ihr euch vielleicht gefragt habt, wie kann eine Funktionsgleichung zwei verschiedene Kurven beschreiben? Naja, es hängt alles von diesem Wachstumsfaktor ab. Dieser Wachstumsfaktor gibt an, ob es sich bei dem Prozess um ein Zunahme- oder Zerfallsprozess handelt. Und deshalb ist es natürlich wichtig zu verstehen, wie man in beiden Fällen diesen Wachstumsfaktor aufstellt. Als Zunahmeprozess wählen wir natürlich unser Beispiel von vorher, wo wir Geld auf einen Sparkonto einzahlen. Das Geld, was wir auf den Sparkonto einzahlen, sind sozusagen die 100%. Jetzt gehen wir an dieser Stelle davon aus, dass uns die Bank jährlich 5% Zinsen zahlt. Also zu den 100% kommen nochmal die 5% dazu. Dann können wir jetzt sagen, okay, nach einem Jahr haben wir insgesamt 105% von unserem Geld. Wenn wir diese Prozentzahl in eine Dezimalzahl umwandeln, also ihr Teil durch 100%, dann haben wir 1,05%. Und das ist unser Wachstumsfaktor. Genauso einfach ist es auch bei einem Abnahme- oder Zerfallsprozess. Wir gehen jetzt für den linken Schaubild davon aus, dass diese Menge am radioaktiven Stoff jährlich mit 5% zerfällt. Das bedeutet, am Anfang haben wir unser 100% am radioaktiven Stoff und nach dem ersten Jahr sind 5% davon weggegangen. Das bedeutet, wir haben letztendlich nur noch 95% von dieser Menge. Und wenn wir das jetzt wieder in eine Dezimalzahl umformen, also erneut durch 100 teilen, dann lautet unser Wachstumsfaktor 0,95. Und anhand dieser beiden Werte für unsere Faktoren können wir auch folgende Schlussfolgerung ziehen. Bei einer exponentiellen Zunahme ist der Wachstumsfaktor immer eine Zahl, die größer als 1 ist. Und beim exponentiellen Zerfall ist es immer eine Zahl zwischen 0 und 1. Also merkt euch, dieser Wachstumsfaktor kann natürlich nie negativ sein. Nachdem wir gerade gesehen haben, wie man Wachstumsprozesse mit Hilfe von allgemeinen Exponentialfunktionen beschreiben kann, ist es natürlich an die Zeit, den Übergang zu der natürlichen Exponentialfunktion zu wagen, oder kurz gesagt E-Funktion. Diese Formel hier haben wir gerade kennengelernt und wissen jetzt, wie sie aufgebaut ist. Die beiden Kurven von vorher kann man alternativ auch mit einer natürlichen Exponentialfunktion beschreiben, die hier unten abgebildet ist. Und diese Formel mit Hilfe der natürlichen Exponentialfunktion oder der E-Funktion ist gleichwertig mit der oberen Formel. Also sie beschreiben die gleiche Kurven. Es gibt natürlich Ähnlichkeiten bei dieser Formel, aber auch Unterschiede. Fangen wir doch mit den Ähnlichkeiten an. Und zwar, bei beiden Formeln ist f von 0 natürlich der Anfangsbestand. Der einzige Unterschied ist hinten. Bei der zweiten Formel haben wir als Basis E, das ist zur Erinnerung, eine mathematische Konstante, die eulische Zahl und es ist eine feste Zahl. Und die Veränderung tritt oben in Exponenten mit diesem K. K heißt jetzt nicht mehr Wachstumsfaktor, sondern Wachstumskonstante. Und genau das ist unser Ziel jetzt herauszufinden, wie man von A auf K kommt, weil diese Umformung ein notwendiges Übel ist bei vielen anwendungsorientierten Aufgaben. Der Zusammenhang wird durch diese grundlegende Formel hier beschrieben, die uns zeigt, wie man allgemeine Exponentialterme in natürliche Exponentialterme umformt. Also kurz gesagt, aus A hoch T wird E hoch Ln A mal T. Und wenn ihr jetzt diesen Ausdruck hier mit unserem Exponentialanteil in der Formel vergleicht, dann könnt ihr, glaube ich, ganz einfach schlussfolgern, dass K eigentlich das gleiche ist wie Ln von A. Und genau das interessiert uns. Und grundsätzlich müsst ihr euch natürlich nicht die graue Formel da oben merken, sondern nur die Tatsache, dass K gleich Ln von A ist. Was uns diese ganze Umformung bringt, werden wir dann gleich anhand der Beispielaufgabe sehen. Und noch eine Kleinigkeit an dieser Stelle, die noch erwähnenswert ist. Und zwar, wir haben gesagt, die untere Formel beschreibt die gleichen Kurven wie die allgemeine Exponentialfunktion. Deshalb ist es nicht schlecht, wenn ihr euch merkt, wenn K eine positive Zahl ist, also wenn die Wachstumskonstante positiv ist, dann handelt es sich immer um einen Zunahmeprozess. Also auf die linke Seite können wir sagen, K ist größer als 0. Und wenn K eine negative Zahl ist, dann handelt es sich um einen Zunahmeprozess. Bevor wir gleich zu der Beispielaufgabe gehen, wir versprochen hier noch eine kleine Zusammenfassung mit den wichtigsten Formeln und Eigenschaften. Wir haben hier als erstes die allgemeine Exponentialfunktion als Wachstumsfunktion. Dabei waren F von 0 der Anfangsbestand und A der sogenannte Wachstumsfaktor. Zur Erinnerung, bei Zunahmeprozesse ist A eine Zahl immer größer als 1 und bei Zerfalls- oder Abnahmeprozesse nimmt A einen Wert zwischen 0 und 1. Alternativ kann man das Ganze auch mit Hilfe der E-Funktion darstellen. F von 0 ist dann natürlich wieder der Anfangsbestand und K ist diesmal die sogenannte Wachstumskonstante. Wenn diese Wachstumskonstante einen positiven Wert annimmt, also größer als 0 ist, dann handelt es sich um einen Zunahmeprozess. Wenn K eine negative Zahl ist, also kleiner als 0 ist, dann haben wir einen Zerfalls- oder Abnahmeprozess. Für den Fall, dass ihr es brauchen solltet, hier nochmal die Verbindungsformel zwischen den beiden Formeln. Und zwar, wenn die allgemeine Exponentialfunktion gegeben ist, dann könnt ihr die sehr schnell und einfach in eine E-Funktion umformen, indem ihr einfach für K das ln von A ausrechnet. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Ich werde sie schnell überfliegen. Wenn euch das zu schnell geht, drückt natürlich auf Pause und liest euch in Ruhe die Aufgabenstellung durch. Also, zu Beginn leben in einem Wald 200 Wölfe. Die Anzahl nimmt jährlich um 2,3% zu. Man nimmt an, dass der Bestand zunächst exponentiell wächst. Teilaufgabe A. Gib einen zugehörigen Funktionsterm f von t mit Basis e an. Teilaufgabe B. Wie viele Wölfe leben nach 4 Jahren in diesem Wald? Und Teilaufgabe C. Berechnen, wann es 252 Wölfe sind. Wir fangen natürlich mit der ersten Teilaufgabe an. Und die möchte von uns einen Funktionsterm f von t in Basis e haben. Dann müssen wir uns erstmal klar werden, was diese Funktion ausdrückt. Also, f von t wollen wir aufstellen. Wobei, ich glaube, aus der Aufgabenstellung ist ja klar, dass t die Zeit im Jahr ist. Und f von t ist eigentlich die Anzahl der Wölfe. Können wir hier nochmal kurz schreiben. Wölfe. Gut. Jetzt, zur Unterstützung, blende ich hier rechts nochmal ein, die Formel, die wir bei der Einführung kennengelernt haben. Und da wir eine Funktion in Basis e möchten, müssen wir eigentlich diesen Funktionsterm hier aufstellen. Um den aufzustellen, müssen wir zwei Sachen kennen. Einmal dieses f von 0, der sogenannte Anfangsbestand. Und dann unser k, die Wachstumskonstante. Mal gucken, was uns die Aufgabenstellung bis jetzt gibt. Zu Beginn leben im Wald 200 Wölfe. Ich glaube, das ist nicht schwer zu erkennen, dass das unser Anfangsbestand ist. F von 0, das halten wir hier an der Seite fest. Außerdem wissen wir, dass die jährliche Zunahme 2,3% beträgt. Damit können wir zwar nicht die Wachstumskonstante direkt aufstellen, aber dafür unser Wachstumsfaktor A. Zur Erinnerung, A stellt man wie folgt auf. Also man fängt mit dem 100%. Und dann addiert man dieser 2,3% dazu. Also insgesamt hat man dann 102,3%. Das teilt man durch 100, damit man eine passende Dezimalzart hat. Entsprechend haben wir dann 1,023. Und wir wollen jetzt natürlich die Wachstumskonstante bestimmen. Und die können wir mit dieser Formel hier rauskriegen. k ist gleich ln von A. Also für uns heißt das, k ist gleich ln von 1,023. Und das könnt ihr in jedem Taschenrechner eintippen. Habe ich auch gemacht. Es kommt ungefähr 0,023 raus. Spätestens jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um diesen Funktionsterm aufzustellen. Das mache ich jetzt auch. Also f von t ist gleich. Statt f von 0 schreibe ich jetzt die 200 rein. Und entsprechend haben wir dann e hoch 0,023 mal t. Also das ist unser Funktionsterm. Die Teilaufgabe b wollte von uns, dass wir herausfinden, wie viele Wölfe nach vier Jahren in diesem Wald leben. Also, ihr kennt schon anhand der Fragestellung, dass eine Zeitangabe gegeben ist. Und zwar vier Jahre haben wir hier. Das bedeutet, wenn die Zeit gegeben ist, dass der Bestand oder die Anzahl gesucht ist. Also f von t. Das heißt, in unserer Funktionsgleichung ersetzen wir einfach das t mit einem 4 und rechnen sozusagen die Anzahl aus mit dem Taschenrechner. Das Ganze sieht dann so aus. f von 4 ist gleich 200 mal e hoch 0,023 mal 4. Und wenn ihr jetzt diesen Termen-Taschenrechner eintippt, dann kommen näherungsweise 219,3 Wölfe raus. Gut, natürlich kann man das beim Antwortsatz ein bisschen sinnvoller runden. Und zwar, ein passender Antwortsatz könnte dann entsprechend so lauten. Nach vier Jahren leben in diesem Wald ca. 219 Wölfe. Und hier ist unsere letzte Teilaufgabe. Berechne, wann es 252 Wölfe sind. Für die Lösung werden wir natürlich nochmal diese Funktionsgleichung, die wir bei der Teilaufgabe a aufgestellt haben. Deshalb habe ich sie hier nochmal eingeblendet. Jetzt, anhand der Fragestellung, wann, sollte euch klar sein, dass eigentlich t gesucht ist bei dieser Teilaufgabe. Dafür ist die Anzahl der Wölfe 252 eigentlich schon gegeben. Und deswegen können wir hier vorne für f von t die 252 einsetzen. Und, ja, die rechte Seite bleibt diesmal unverändert. Wir wollen ja auch entsprechend nach t umformen. Gut, als erstes empfiehlt sich erstmal die 200 drüber zu bringen, und zwar mit geteilt. Wenn ihr das im Taschenrechner eintippt, dann kommt raus 1,26. Und dann habt ihr auf der rechten Seite nur noch die E-Funktion. e hoch 0,023 mal t. Um die E-Funktion wegzubekommen, erinnern wir uns daran, müssen wir die Gleichung logarithmieren. Damit haben wir auf der linken Seite dann stehen, ln von 1,26. Und vereinfacht gesehen ist auf der rechten Seite die E-Funktion einfach verschwunden. Deshalb bleibt nur der Exponent da stehen. 0,023 mal t. Am Ende, im letzten Schritt, müssen wir natürlich noch durch diese 0,023 teilen. Und somit haben wir einen passenden Wert für t. Also, ich habe jetzt im Taschenrechner ln von 1,26 geteilt durch 0,023 eingegeben. Und näherungsweise kommen da 10,05 raus. Schlussfolgernd können wir dann behaupten, dass nach etwa 10 Jahren in diesem Wald 252 Wölfe leben. Zum Schluss noch vielleicht ein paar wichtige Hinweise. Aus Zeitgründen habe ich in diesem Tutorial Begriffe wie Verdoppelungs- und Halbwertszeit nicht reingestellt. Außerdem wären natürlich auch weiterführende Sachaufgaben in Zusammenhang mit Differential- und Integralrechnung für die Abiturprüfung von großer Bedeutung. Weitere Themen, die damit zusammenhängen, sind natürlich exponentielles Wachstum samt Differential-Gleichung sowie beschränktes Wachstum und seine Differential-Gleichung, aber auch logistisches Wachstum. Wenn Bedarf Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.